Gemessen in seiner Preisklasse ist der Vivo Mini ein echtes Highlight. Heute im Video sehen wir uns einen brandneuen Lasertv an und zwar den neuen LG Vivo Mini. Der liegt bei 3.299 Euro, ist also deutlich bezahlbarer als sein großer Bruder, kommt mit allen, ja wirklich allen wichtigen Apps daher und ist eine echte All-in-One-Lösung mit einem guten Sound und einem fantastischen Bild und wie das Ganze funktioniert, für wen er interessant sein kann und was so besonders ist an diesem neuen Lasertv, zeige ich euch jetzt im Video. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für hochwertiges Heimkino und Stereo. So sieht er also aus, der brandneue LG Vivo Mini respektive HU715. Das ist also ein Lasertv der neuesten Generation, 4K mittels E-Shift, 2500 Lumen, also schön hell, um auch tagsüber was sehen zu können. Laser-Engine, also kein Lampenwechsel, wie wir das bei Projektoren haben. Die Haltbarkeit entspricht der eines klassischen Fernsehers. Fantastischer Sound direkt hier mit an Bord, denn hinter dieser schönen Stoffblende verbirgt sich ein 2.2 Soundsystem, also eine richtig potente Soundbar kann man sagen und da hören wir später auch noch rein. Das ganze eben in diesem wunderbaren kompakten Design, wie wir das vom großen Bruder von Vivo kennen. Und der eine oder andere, der diesen Kanal verfolgt, der weiß, dass der LG Vivo ja einer der besten Lasertvs ist, die man für Geld kaufen kann. Ein 5.000 Euro Lasertv, mittlerweile schon so für 4.000 Euro zu haben bei uns und diese Gene von diesem High-End Lasertv, die stecken eben hier auch in dem Vivo Mini. LG bleibt ihrer Designsprache, ihrer Formsprache absolut treu und so kann man sofort die Familienzugehörigkeit zu seinem großen Bruder erkennen. Wir haben hier also wieder dieses schöne, mattierte, weiße, schlichte, elegante Gehäuse mit dem wunderschönen Quadratstoff. Das ist also eine dänische Edelschmiede, die machen Stoffe für BMW zum Beispiel, für Premium Autos und der bedeckt hier eben diese Lautsprecher und das wirkt einfach super elegant, das hat einfach Stil und das ist ein richtiges Möbelstück, wenn man das auf seinen Sideboard stellt. Wir sind in den Gehäuse Dimensionen deutlich kompakter geworden, weniger tief, weniger breit, dafür ein wenig höher und rückseitig findet ihr die Anschlüsse. Hier gibt es auch genug HDMI-Anschlüsse, um seine externen Geräte direkt mit anzubinden. Das kann ein Sky Receiver sein, eine Spielekonsole, eine Apple TV, Amazon Fire TV, was immer das Herz begehrt. LAN-Anschluss ist auch mit an Bord, selbstredend ist der Vivo Mini, Netzwerk fähig oder WLAN fähig. Das ist hier auch direkt mit an Bord. Im Lieferumfang ist auch die Magic Remote. Das ist eine Fernbedienung, die ich so sehr liebe, weil sie ein super intuitives Bedienerlebnis, kann man schon fast sagen, bietet. Ihr habt da nämlich wie so ein Laserpointer, der dann im Bildschirm aufpoppt und dann könnt ihr einfach mit Bewegungen dieser Fernbedienung euer Menü steuern, eure Streaming-Services auswählen. Das geht also sehr, sehr schnell und sogar ein Sprachassistent ist mit eingebaut. Ihr könnt also direkt Sprachbefehle geben und müsst nicht mühselig den Text eingeben, wenn ihr zum Beispiel auf YouTube was sucht. Bevor wir zur Aufstellung kommen, noch ein kleiner Hinweis. Ich werde also im weiteren Verlauf immer mal wieder Bezug nehmen zum großen Bruder, zum Vivo, denn das ist eigentlich die Benchmark und das hilft sicherlich vielen von euch, die den Vivo schon kennen, um sich ein bisschen besser zu orientieren. Zur Aufstellung gibt es folgendes zu sagen. Es ist erstmal ganz einfach. Ihr stellt den Vivo Mini auf euer Lowboard, auf euer Sideboard, schaltet ihn an und schon wirft er auf kürzeste Distanz ein richtig schönes, großes Bild auf die Wand oder noch besser auf die Leinwand. Wir haben in unserem Fall hier für den Test heute die Elite Screens Daylight Soft Fresnel Leinwand. Hierzu hatte ich kürzlich schon ein Video veröffentlicht und das ist eine Leinwand, die einfach sehr schön hell ist und unglaublich viel Kontrast mobilisiert und perfekt harmoniert hier mit diesem LG Vivo Mini. 21 cm Abstand braucht ihr von der Leinwand bis zur Geräterückseite um die 100 Zoll zu realisieren und da sieht man schon, dass das ein bisschen mehr ist oder deutlich mehr ist als beim Vivo, der nur knapp die Hälfte braucht vom Abstand. Also der große Vivo kann deutlich näher stehen und der hier bewegt sich so im Mittelfeld, würde ich sagen, gemessen an allen Laser-TVs, die so momentan erhältlich sind. Es gibt also einige, die müssen weiter weg stehen und es gibt einige, die müssen näher dran stehen. Wenn ihr es genau wissen wollt, wie immer findet ihr auf unserer Website den Bildbreitenrechner und da könnt ihr genau sehen, wie weit er für eure Größe entfernt sein muss. So einen Smart-TV wie den LG Vivo Mini, den muss man natürlich auch entsprechend einrichten. Zunächst wird er ans Internet angebunden. Wir haben das hier per WLAN gemacht und dann meldet man sich einfach bei den Streaming-Dienstleistern an, die man abonniert hat. In unserem Fall war das Netflix, YouTube, Disney Plus und Apple TV und diese Anmeldung, die ist wirklich kinderleicht. Am besten funktioniert das bei Apple TV. Hier wird mit dem iPhone nur ein QR-Code gescannt, kurz übers iPhone quasi entsperrt und schon ist man eingeloggt. Also da hat sich viel getan. Das geht wirklich sehr, sehr einfach von der Hand und innerhalb weniger Minuten ist das ganze Gerät konfiguriert. Kommen wir zur Bildqualität. Nun, wir haben ja hier einen 4K Laser-TV und der ist richtig schön scharf. Den Schärfepunkt, den optimalen, den könnt ihr hier nicht manuell einstellen, sondern elektronisch per Fernbedienung und das ist ein Vorteil. So kann man ganz nah an die Leinwand gehen und wirklich den optimalen Schärfepunkt finden. Und hier noch als Vergleich zum Vivo, zum großen. Ist er gleich scharf wie der Vivo? Sein großer Bruder? Nein, ist er nicht. Wir haben hier einen typischen Full-HD-Chip, den fast alle Hersteller verwenden in diesen Geräteklassen. Das ist ein Full-HD-Chip mit einem 3-fach oder 4-fach E-Shift wird also hier die volle 4K-Auflösung erreicht und das sieht wirklich sehr gut aus. Wir haben ein schönes scharfes Bild, aber der Vivo, der große Bruder, der hat eben den großen Chip. Das heißt von Haus aus schon die doppelte Auflösung. 4 Megapixel shiftet nur einmal und kommt so dann auf die volle 4K-Auflösung und das macht sich tatsächlich noch mal eine Nuance in der Schärfe bemerkbar. Nichtsdestotrotz, es gibt kaum ein anderes Gerät. Mir ist eigentlich momentan gar keins bekannt, das den großen Chip so wie der Vivo eben verwendet. Die Helligkeit ist mit 2500 Lumen angegeben. 200 Lumen weniger als der Vivo. In Wirklichkeit sind sie gleich hell. Wir haben nachgemessen. Da gibt es also keinen Unterschied und der Vivo Mini eignet sich genauso, um auch bei Tag ein schönes, brillantes Bild zu erzeugen. Ihr müsst also nicht im dunklen sitzen und könnt ganz bequem auch am Nachmittag sportschalten. Das beste Ergebnis, das bekommt ihr mit dieser Soft Fresnel Leinwand der Daylight von Elite Screens. Die hatte ich euch ja kürzlich erst vorgestellt in dem Video. Und die schafft es, dass ihr trotz dieser enormen Lichtverhältnisse, die wir hier im Studio haben, also der Strahler, der mich hier richtig anschreit, dass wir hier immer noch ein brillantes, taghelles, schönes Bild genießen können. Am Abend, wenn es dann dunkel wird oder wenn man abgedunkelt hat und sich den schönen Spielfilm anschauen will, dann kommt es auf hohe Kontraste und noch gute Schwarzwerte an. Je besser der Schwarzwert, desto plastischer wirkt dann das Bild, desto schöner sieht so ein Film dann einfach aus. Und hier waren wir auf den ersten Blick etwas enttäuscht. Denn das sah hier zunächst etwas milchig aus, ausgewaschen, nicht so richtig brillant, wie wir das erwartet hätten. Mit den richtigen Tipps und Tricks oder den richtigen Kniffen kriegt man das aber sehr sehr gut hin. Der Projekter verfügt über ein Laserdimming und das setzt ihn in die Lage, dass er das Bild richtig schön dunkel machen kann. Also er ist durchaus in der Lage, wenn man richtig einstellt, einen guten Schwarzwert bereitzustellen und gleichzeitig eben dann wieder sehr viel Helligkeit zu mobilisieren, wenn eine helle Szene kommt. Nun diese Regler, die muss man einfach erst mal finden und sauber einstellen. Ab Werk funktioniert das nicht besonders gut, muss man hier leider klar sagen. Aber ihr kennt das als Heimkinderraumkunden, wir optimieren das Gerät für euch. Das heißt, wir packen den schon aus, bevor wir ihn euch aushändigen, checken den einmal komplett durch und stellen ihn sauber ein. Und dann findet ihr dann eine Bildeinstellung, um abends einen Film anzuschauen, eine helle Bildeinstellung, um am Nachmittag bei Tageslicht Sport zum Beispiel zu nutzen und auch eine Gaming-Einstellung. Eine Woche lang habe ich jetzt den LG Vivo Mini bei mir zu Hause im Test, konnte mir also schon einige Filme anschauen und das Gerät kennenlernen, bildmäßig und eben auch tonmäßig. Und beim Ton, muss ich sagen, war ich ebenfalls ziemlich beeindruckt. Hier ist ein Soundsystem integriert, ein 2.2 Soundsystem mit richtigen kleinen Subwoofern und das hat eine Systemleistung von 40 Watt. Klingt vielleicht gar nicht viel, macht aber richtig Spaß. Das ist also richtig druckvoll. Der Klang hat Körper, der ist präzise und auch fein in den Höhen. So hat man immer eine präzise und feine, klare Sprachwiedergabe, Dialogwiedergabe und trotzdem richtig Körper, wenn es im Spielfilm, wenn Filmmusik ist. Man kann hier auch ein bisschen lauter machen. Also das funktioniert ziemlich gut. Und ich würde sagen, das System kann durchaus mit so einer 500 Euro Soundbar mithalten. Das ist doch sehr beachtlich. Richtiger Surround-Sound kommt allerdings nicht auf. Dafür kann man per Bluetooth, coole Lösung, zwei von LG zertifizierte Lautsprecher anbinden als Surround-Lautsprecher. Und dann habe ich sogar hier so ein kleines Surround-System. Mir persönlich würde das immer noch nicht reichen, weil so richtiges Kino-Feeling kommt dann erst auf, wenn man auch ein bisschen lauter machen kann, wenn man einen kräftigen Bass hat. Und da empfiehlt sich natürlich ein richtiges Surround-System. Zum Beispiel das Sony HT-A9, das im Prinzip ohne Kabel auskommt. Das könnt ihr hier per HDMI ARC anschließen. Also das kleine Steuerkästchen, die kleine Zentrale. Und dann habt ihr in wenigen Minuten ein Dolby Atmos Soundsystem mit drahtlosen Lautsprechern. Und das gibt es natürlich auch bei uns. Bemerkenswert ist wirklich die Konnektivität von diesem Gerät. Also zum einen haben wir diese unglaubliche Vielzahl an Apps. Da geht man hier in diesen LG Content Store rein und hat hier hunderte, gefühlt tausende verschiedenste Apps, die man sich hier installieren kann. Und direkt mit an Bord, das finde ich auch klasse gelöst, ist Apple Airplay 2 und Screenshare. Und so könnt ihr zum Beispiel mit eurem iPhone ganz bequem die Urlaubsfotos auf die große Leinwand bringen. Ihr könnt ranzoomen, um noch mehr Details zu sehen. Ihr könnt Diashows abspielen, Videos abspielen. Und das geht so problemlos und zuverlässig und ist eine wahre Bereicherung im Wohnzimmer, wenn man solche Dinge nutzt. Gemessen in seiner Preisklasse ist der Vivo Mini ein echtes Highlight. Gerade mit den richtigen Bildeinstellungen hat man hier richtig Freude, ein kontraststarkes, leuchtendes und auch helles Bild, das sowohl am Tag als auch am Abend zum Filmeschauen Spaß macht. Außerdem bietet er einen überragenden Sound direkt out of the box, natürlich mit der Erweiterbarkeit auf ein Surround-System. Tja und das Ganze eben kombiniert mit dieser Vielfalt an Apps, die wirklich keine Wünsche offen lassen und einer tollen Bedienung hat man hier einen Laser TV, der ein absolutes Highlight ist und der locker einen großen Fernseher ersetzen kann, eben in noch größer. Den kriegt ihr natürlich bei uns telefonisch, ihr könnt also gerne anrufen, dann beraten wir euch auch gerne, falls ihr noch Hilfestellung braucht. Ihr findet den online bei uns auf der Webseite und noch besser natürlich im Heimkino-Raum in eurer Nähe. Ihr seid herzlich eingeladen, vereinbart einen Termin. Wir freuen uns auf euren Besuch und finden auch für euren Raum und euer Budget die richtige Lösung. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.